Willkommen bei Projekt 365. Heute ist Mittag 245. Wir sind hier in Basel am Rhein. Und wir heisst hier mit Dürr, Luisa und Dave zu tun. Und mit dem? Valentino. Und mit dem? Dani. Könntest du deine Karte kurz anschauen? Perfekt. Sehr gut. Ich zeig dir nochmal die Kamera an. Alle verschieden. Und ich möchte, dass du eine Karte ausweist. Ich meine. Ich zeig dir die Kamera an. Ich schaue auch. Gut? Ja. Okay, ein Stück zurück. Perfekt. So. Und ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Aber ich hoffe, dass es klappt. Und wir machen es so. Wenn ich es so mache, verwandelt es sich in die Schufle Nacht. Das war auch nicht deine Karte. Wenn ich es so mache, verwandelt es sich in die Schufle Dame. Und das war deine Karte, oder? Ja. Okay. 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 Du gehst rein. Verblüffung, ja. Das war schon mein Trick 245. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao. Gute Sachen. Un-believeable. Hammer. Ich glaube, es ist immer noch. Ja. Das ist sehr empfehlenswert. Das好像 noch nicht. cells in temperaturen als der Griechter. Wenn ich's so machen will, dann ist es etwas schmerz. Dreher campaigns zum Gl increasingly. Komm, granBS.